. Übrigens, das ist von mir ein Genuss, wenn ich so Musiker habe, wo ich einfach die Tonart irgendwie sagen kann, und wie schnell das sein kann, entweder zu hoch, zu tief, eins, offen, sofort. Zuerst wollen wir aber noch schauen, ob wir noch etwas anderes machen können. Ey, 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 oh, ey, ey, oh, tell me one more time, 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 wenn Gott ist, mein Gott ist neu, O, O, A, O, 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 O «One more time! Thank you!» Super, könnt ihr das noch. Wir machen das jetzt jedes Mal. Jedes Mal machen wir das jetzt wieder. Shosi, sag nochmal «Shosu». «Shosu»? Sie sagt so lustig «Shosu». «Shasu» «Shosu» «Shosu» «Also, wo ist er? Ist nicht da rum?» «Shosu» «Seppi» «Sala Marco» «Nächte Songs haben wir noch!» «Shosu» 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 «Nächte Songs haben wir noch!» «Shosu» 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 « chick» «Ah, ah oh » «Shosu» «Söpii, c' da malineorous insinu» «In meinen Ändli bueecher buure cool. Blöken» «%hurt blazen 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 blöken» Möchte ich das nicht so eng. Dafür hei miete ebis, wo...